ja hallo hier ist bastian von teils sei dem brett spielkanal und heute mit einer ausgabe aus der wargames series nämlich eine kleine spiel vorstellung zum spiel eilau 1807 von uwe valentin und dieser mann wird einigen begriff sein gerade diejenigen die sich ein bisschen wargames auskennen die werden wissen dass das der mann der sound of drums ist und dieses eilau 1807 ist ein bisschen sein herzensprojekt davon gehe ich jetzt nämlich erstmal aus denn alle neuen produktionsupdates die es gab zu diesem spiel die waren so enthusiastisch und so voller freude kommentiert ja da ging einem selber schon das herz auf dieser mann hat sich wirklich über sein eigenes werk richtig gefreut und man sieht dass es sein herzensprojekt ist auch daran dass die materialqualität und diese grafische gestaltung dieses spiels einfach überragend ist möchte ich sagen für ein wargame aber darüber hat auch schon der herr der spiele erzählt und wenn euch interessiert habt ihr das bestimmt auch schon angeklickt der macht nämlich so ein nettes unboxing video wo alle komponenten einmal genau vorstellt kann ich eigentlich auch nur empfehlen ja ich gebe in meinem video einen kleinen spielüberblick was passiert hier überhaupt in dem spiel wie funktioniert das insgesamt alles und ja was erwartet euch bei eilau 1807 denn das ist ein projekt das so ein bisschen angekündigt wurde von dem uwe dass es ein wargame ist was sehr zugänglich ist also was auch gut zu spielen ist für leute die nicht unbedingt jetzt in diesem wargame genre aktiv sind und vor allen dingen auch dass es ein spiel ist bei dem ich mir die regeln gut merken kann das heißt ich kann mir das spiel irgendwann wieder raus holen nachdem ist halten längere zeit nicht gespielt habe und muss nicht nochmal die komplette anleitung lesen sondern habe das eigentlich alles gleich wieder im griff nach einer kurzen eingewöhnung zeit das kann ich natürlich noch nicht so richtig beurteilen denn ich habe wenn ich ehrlich bin erst eine ganze partie gespielt und es wird auch noch demnächst eine zweite große partie folgen nämlich eine große schlacht um eilau selber dieses spiel ist nämlich so dass ich kleinere vorgeplänkel schlachten sozusagen hier spielen kann und mich langsam in die regeln rantasten kann und ich kann immer ein bisschen mehr zu den regeln dazu nehmen und dann wird die schlacht auch größer bis ich am ende zu der großen eilau schlacht gekommen bin die ich hier auch aufgebaut habe diese schlacht werde ich heute nicht führen es wird noch ein weiteres video geben dafür muss allerdings noch ein termin gefunden werden nämlich zu einem let's play dass ich wie bei caroling die dann auch aufnehme beziehungsweise ein zwei runden mit euch spiele denn ich möchte kein sechs stunden let's play hier machen und diese große schlacht um eilau wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen länger hin ziehen als es jetzt für das video format dazu träglich wäre ich weiß es gibt solche let's plays die so ewig lang sind aber ja finde ich jetzt persönlich nicht besonders viel führend ihr sollt dann ganz genau einfach mal sehen was passiert auf dem brett wenn ich irgendwelche befehle ausführen wie funktioniert ganz genau der kampf wir werden das dann immer kommentieren jetzt möchte ich euch aber erst mal ein bisschen was zum spiel allgemein erzählen und wenn ihr irgendwelche fragen habt die noch nicht ganz klar sind könnt ihr auch gern in die kommentare schreiben ich halte mich hier an die living rules die findet ihr zum beispiel bei bg das ist ein aktualisiertes regelwerk in dem einige kleine druckfehler da ja ausgebügelt wurden oder aber auch einige unklarheiten ja beseitigt wurden wie ist es zum beispiel die bewegung wenn ich ein hügel nach oben gehe oder sowas da stand im original gar nicht drin aber in dem neuen schnitz drin ich finde es immer gut wenn sowas dann immer weiter ausgebaut wird sollte man dann auf jeden fall zur rate ziehen wenn man das spiel wirklich selber spielt so und jetzt wünsche ich euch erstmal gute unterhaltung mit meinem video und vielleicht bringt euch das was und da wisst ihr natürlich ein daumen hoch ist immer gerne gesehen viel spaß so hier habe ich also einmal die schlacht um eilau aufgebaut ich möchte vorweg schicken dass das hier auch die ausrichtung dieser armeen immer darauf ankommt wie der spieler das gerade haben möchte und ich habe mir jetzt nicht so viele gedanken gemacht ich habe die armeen jetzt erstmal dorthin gestellt wo sie laut anleitung ungefähr stehen sollen und ich sage gerade schon ungefähr denn wir haben hier abgedruckt punkte an denen sie ungefähr platziert sein sollen und zwar hier haben wir zum beispiel den left ring artillerie reserve das heißt lw a r das ist hier so ganz schwach abgedruckt das sieht man am anfang vielleicht gar nicht so ganz genau und ihr seht schon hier ist tatsächlich auch ein artillerie marker zu finden muss aber nicht unbedingt da drauf sein hier haben wir zum beispiel center artillerie reserve das ist diese einheit hier man sieht hier auch ein kleines c ich hoffe man sieht es wenn ich das gleich vergrößer auf diese marke abgebildet und diese ganzen einheiten müssen nicht unbedingt dort auf dem feld stehen sondern in den platzierungsregeln steht dann immer entweder zwei hexes entfernt oder vier hexes entfernt also man kann da so ein bisschen variieren wo man die einheiten eigentlich stehen haben möchte was sehen wir hier auf der map eigentlich außer unseren ganzen einheiten wir sehen hier ortschaften wir sehen wälder das sind diese kleinen bäumchen hier die abgebildet sind wir sehen natürlich dörfer hier und hier ist eilau das ist der namensgeber der schlacht dann sehen wir hier straßen das sind diese linien und wir sehen ja abhänge da ist also ein höhen unterschied alles was hier heller eingezeichnet ist das ist auch höher alles was dunkler eingezeichnet ist das ist niedriger das sieht man tatsächlich hier auf einer abbildung da hat man die ganzen höhenlagen welche level das da gerade hat dann sehen wir noch einzelne gebäude hier zum beispiel diese mühle das sind so kleine vierecke die hier aufgezeichnet sind manchmal sind es auch farmen und wir haben marschland das ist dieses hier da marschieren wir natürlich nicht sondern da ist es ein bisschen feuchter und wir haben befrorene flüsse und welche das ist hier auch noch mal so ganz leicht zu sehen außerdem haben wir hier im friedhof da gelten die gleichen regeln zur bewegung und zum kämpfen wie für die dörfer und da habe ich gerade schon gesagt dafür ist es auch wichtig wir haben hier natürlich die verschiedene modifikatoren im spiel und diese modifikatoren sind entweder wichtig für einen kampf wo befindet sich jetzt unsere einheit wo befinden sich die gegner auch die höhenlagen sind dann natürlich wichtig aber auch für die bewegung zum beispiel kann ich nicht einfach durch ein dorf in linienformation logischerweise durchmarschieren das kann man sich jetzt auch bildlich vorstellen dass das wahrscheinlich nicht unbedingt funktioniert da muss ich also die formationen wechseln um da überhaupt zu marschieren ja die formationen wir können entweder in einer kolonnen formation hier durchmarschieren das ist diese seite des markers ich werde diese marke auch gleich noch einmal einblenden als foto das ist ja alles ein bisschen klein ich weiß nicht wie gut das mit der vergrößerung funktioniert wenn wir das ganze umdrehen sind wir in einer linienformation und das determiniert natürlich auch wie wir dort im kampf uns verhalten wie schnell wir unterwegs sind solche dinge ja wir haben infanterieeinheiten wir haben wir artillerieeinheiten stehen und wir haben kavallerieeinheiten hier stehen und die sind auf dem weg jetzt größtenteils hier richtung ailo da wird die schlacht stattfinden es ist nicht klar ob die franzosen das hier halten ob die russen hier angreifen je nachdem was die strategie des spielers jetzt sagt ja und dann bevor wir auf den ganzen mechaniken eingehen was hier überhaupt gemacht wird kann ich noch erzählen was hier in diesem viereck abgebildet ist hier sehen wir einmal unseren turnmarker die schlacht um ailo beginnt um 8 uhr und endet um 7 uhr wenn nicht vorher einer der spieler alle seine fatigpunkte verloren hat seine erschöpfungspunkte dann ist hier nämlich auch schluss ja und ansonsten seht ihr wunderschön gestaltet das ganze und ich finde es grafisch sehr gelungen die ganze marker hier das möchte ich auch noch mal hervorheben die sind nicht wirklich wie pappe sondern die fühlen sich eher so ein bisschen ja wie plastik an und das finde ich schon ganz ganz stark also die fühlen sich extrem wertig an ich weiß gar nicht wie das hergestellt wurde es ist in so einem stanzbogen drin gewesen aber schon richtig cool sie hören sich auch so an als wenn die so eine beschichtung hätten aber da weiß ich jetzt auch nicht genauer bescheid nur mal so nebenbei so und jetzt erzähle ich euch was man überhaupt bei eilau macht bzw wie man es tut das spiel eilau wird in acht verschiedenen phasen gespielt aber bevor ich jetzt zu den phasen komme möchte ich euch grundsätzlich mal erzählen wie es überhaupt funktioniert der russische spieler hat diese grünen cubes der franz russische spieler hat diese blauen cubes und dann gibt es noch diese roten cubes die ein feuergefecht darstellen und in einer phase auf die ich gleich noch zu sprechen komme werden cubes aus einem beutel gezogen beziehungsweise ein cube aus einem beutel gezogen und die person deren cube gezogen wurde die ist dann an der reihe und kann ein befehl ausführen der hier auf diesem spieler tableau gegeben wurde hier sehen wir verschiedene befehle wir haben hier move wir haben hold attack strategical move sowas alles komme ich gleich auch noch darauf zu sprechen der spieler sucht sich also einen dieser verschiedenen befehle aus und diese befehle gehören natürlich zu verschiedenen divisionen die hier auf dem spielbrett vorhanden sind damit ist klar dass wir hier die french army haben die russische armee und deren bord sieht natürlich dann ein bisschen anders aus da sind dann ja dementsprechend die russischen divisionen dort abgebildet dann sehen wir hier noch diese fatigue points und das sind die erschöpfungspunkte denn die meisten dieser befehle hier die geben uns erschöpfung wir können uns mit befehlen auch wieder erholen aber im normalfall ist es dann doch eher anstrengend eine schlacht zu schlagen besonders wenn man attackiert dann kostet es auch viel erschöpfung ich muss also haushalten mit diesen cubes denn sind diese cubes einmal verloren dann habe ich auch das spiel verloren das ist erstmal das grundsätzliche ja und dann möchte ich euch was zu den markern erzählen diese marker hier das sind natürlich befehle die gehören hierzu werde ich später was zu erzählen aber wir haben hier noch die anführer ich habe mir einfach mal napoleon genommen und ich nehme mir noch mal so ein unter anführer hier anführer ist auch ein blödes wort dafür aber das sind halt irgendwelche leader von bei napoleon sehen wir hier links in lila das leader rating und rechts oben sehen wir die command points das hat was damit zu tun wie viele cubes ich nachher in den beutel rein tun kann und so weiter komme ich gleich darauf zu sprechen bei diesen lower leadern hier sage ich mal so ist es so dass wir hier eine weiße zahl auf orangen im grund haben und das ist das initiative rating es ist nämlich so dass natürlich napoleon befehle geben konnte aber diese befehle auch nicht immer dort angekommen sind wo sie ankommen sollten vielleicht durch wetterbedingungen vielleicht weil die entfernung so groß war oder weil abgeschnitten wurde irgendwas kann ja passiert sein und dann kann dieser hier dieser kleinere anführer im prinzip eine initiative selber ergreifen und irgendwas tun das ist übrigens auch möglich sollten hier die napoleonischen befehle klar sein kann sich hier immer noch drüber hinweggesetzt werden mit diesem rating dafür das kann ich auch gleich sagen werden zwei d6 gewürfelt und er hat jetzt neun und bei einer fünf also neun und niedriger ist das ganze gelungen und er kann selber ein befehl geben aber da wären wir schon mitten in der order phase von daher möchte ich das erstmal hinten anstellen wir möchten uns erstmal ganz kurz mit dem wetter hier beschäftigen das ist erstens die erste phase das fängt damit fängt es an aber auch weil der marke hier gerade liegt wir können entweder mit dem historisch korrektem wetter spielen oder wir spielen mit einem wetter das wir auswürfeln das ist natürlich mehr random ist ein größeres zufallselement und hier sehen wir auch schon abgedruckt dass hier entweder ist klar oder klar klar schnee 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 sturm je nachdem was wir würfeln 1 2 3 4 5 6 oder wir nehmen deshalb einfach das wetter wie es hier gerade kommt also wenn wir mit dem würfelwetter spielen könnten wir den marker hier hinlegen und wir hätten jetzt hier im prinzip schnee obwohl wir jetzt hier sind und hier clear steht und das hat auswirkungen die hier unten auch noch mal aufgeschrieben sind das hat natürlich darauf auswirkungen wie weit wir gucken können und wenn natürlich ein schneesturm ist dann kann die artillerie vermutlich eher nicht so gut agieren als wenn wir klares wetter haben ja klar wie kloßboden dann haben wir diese marke hier rechts das ist hier einmal so ein smog marker immer wenn ein feuergefecht ausgeführt wurde dann dampft und raucht es da und dann werden die smog marker verteilt und das hat dann natürlich auch auswirkungen darauf ja wie gut man dort weiter agieren kann mit dem sichtfeld es raucht und qualmt und man sieht nicht mehr so viel dann haben wir diese beiden marker und ich kann mich entscheiden im spiel welche marker ich von diesen beiden hier nehme wir mit marker die anzeigen wie fit unsere abteilung hier noch ist wir haben ja diese kleinen marker die diese einzelnen truppen abteilungen darstellen und im gegensatz hier zum beispiel zum spiel wie washington's war ist es nicht so da wird es einfach umgedreht und dann ist diese armee halt geschwächt oder dieser teil der armee und hier habe ich ja schon gesagt haben wir verschiedene formationen wie sie laufen und wie dann sich die werte auch der fortbewegung verändern hier würden wir in dem moment einfach die truppen stärke dahin packen keine ahnung das ist jetzt eine 7 und wenn wir jetzt getroffen werden würden würden wir einen anderen marke dann darunter legen wir können habe ich eben schon gesagt auch mit diesen markern hier spielen finde ich sehr elegant haben wir jetzt so gemacht bisher und je nachdem welche zahlen nach oben zeigt so eine stärke hat dann diese armee beziehungsweise nicht die armee sondern der teil dieser armee hier ist es ja eine infanterieeinheit und wir können von drei auf zwei stellen wir drehen das hier zurecht und sehen es dann wenn wir das hier hochheben das ist natürlich eine sache die ein bisschen friemelig sein kann wir sehen nicht immer sofort wie stark jetzt diese truppe ist sondern wir müssen immer das plättchen hochheben um zu sehen was herunter ist oder wir legen das hier so halb darauf das geht vielleicht auch das finde ich immer ein bisschen schwierig vor allen dingen auch für den gegner um zu sehen wie stark sind denn jetzt überhaupt meine gegner und da ist man schon dann ordentlich am rummachen es empfiehlt sich vielleicht dort so eine kleine pinzette die es extra für sowas ja auch gibt zu besorgen weil naja je mehr man in der abteilung wurst finger unterwegs ist desto mehr hat man natürlich auch schwierigkeiten das ganze hier vernünftig zu machen also wir bei uns ist schon ein bisschen was umgefallen von diesen stacks ja man kann sie zwar nur bis zwei stapeln mit einem anführer bis drei aber trotzdem wenn das umfeld ist es auch schon nervig genug so soviel dazu ansonsten finde ich das system ziemlich gelungen muss ich sagen dann haben wir hier flaggen und damit können wir anzeigen welches gebiet unter welcher kontrolle steht und bei einigen szenarien ist es so dass ich verschiedene gebiete hier erobern kann und diese gebiete dann ja fatigue points wert sind und derjenige der halt auf diesem gebiet steht oder beziehungsweise kontrolle hatte und es wird einem die kontrolle abgenommen muss dann fatigue points hier bezahlen an die person die ihm diese fatigue points halt dann abgenommen hat ja habe ich immer gesagt hier übrigens 10er und einer fatigue points wir sind hier bei 210 fatigue points für die französische armee im eilaukampf ihr seht schon dass am anfang des spiels natürlich einmal jeder division die hier unterwegs ist ein befehl gegeben wird die können hier nicht ohne plan rumlaufen sollten sie nicht tun und dann wird halt auch geschaut wie ist das initiativ rating und wie viel fatigue habe ich hier hier würden zum beispiel 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 fatigue rauskommen und die müsste ich dann auch bezahlen mit den cubes hier ja und so geht die erschöpfung dann dahin im laufe des spiels wenn wir dann aber in der zweiten phase sind bei den orders da können wir nicht jetzt hier wild rum wühlen und alle ohr allen divisionen hier neue orders geben sondern wir können das nur entsprechend unter commandment points machen ich hatte vorhin schon gesagt napoleon hat sechs das bedeutet nichts anderes als dass ich sechs einheiten hier meine befehle geben könnte sofern sie sich in einer reichweite befinden die es mir ermöglicht diese commandment points zu geben und da gibt es ein paar regeln je nachdem wie weit sie weg sind dann kann ich hier natürlich auch noch die initiative spielen für die einzelnen anführer hier ich habe eben schon einmal gewürfelt vielleicht klappt es ja noch mal wir haben ja also eine sechs er würde wieder seinen truppen neue befehle geben können sollte napoleon auch zu weit weg sein sollte da irgendwie das wetter nicht mitspielen oder so also das ist ganz cool gemacht und dann würde das hier also erst mal stattfinden und dann würde wieder geguckt wie viel von diesen initiativen haben wir jetzt zur verfügung und wie viel fatigue ist es und es würde wieder weggepackt werden beim nächsten befehl kann dann eine eine wieder aktiviert werden wir sehen die first activation das wäre in der ersten runde die wir spielen second und third activation und das kostet uns allerdings movement points beispielsweise weil die ja schon immer erschöpfter werden die leute und nicht mehr so schnell vorankommen denn das sieht zwar so klein aus auf der map aber das sind da schon einige strecken die dort in voller ausrüstung überwunden werden müssen jetzt möchte ich euch erst mal die befehle vorstellen und wir beginnen mit dem bewegungsbefehlen je nachdem wen ich da gerade befehlige beispielsweise eine kavallerie oder ein infanterie haben natürlich unterschiedliche möglichkeiten uns fort zu bewegen aber auch der untergrund spielt eine rolle denn es ist klar dass man ein berghang nicht so einfach bewältigen kann wie eine gerade strecke oder vielleicht sogar eine straße ja und hier beim move das würde uns jetzt zwei initiative bringen und eine erschöpfung würde weggenommen werden und beim move bewegen wir uns allerdings nicht in jason zu einer gegnerischen einheit das heißt da muss immer ein hex dazwischen sein möchten wir jason zu einer gegnerischen einheit und damit ja auch ein kampf beginnen ja dann nehmen wir natürlich den attack befehl und der kostet uns hier schon eine erschöpfung mehr aber gibt uns auch ordentlich initiative damit können wir uns direkt zu einem gegner bewegen und eine attacke auslosen finde ich sehr schön dass das hier rot ist wir haben auch diese roten cube der gezogen werden kann wenn eine attacke sowieso ausgelöst wird das ist also hier in der gleichen farbgestaltung gehalten ja und wir haben den strategic move ich guck mal eben wo haben wir den hier strategic move genau str move und das bedeutet aber dass wir schneller unterwegs sein können schneller können wir natürlich nicht in einer linienformation unterwegs sein sondern wir müssen uns in der kolonne befinden und unsere artillerie darf natürlich nicht schussbereit aufgebaut sein sondern muss auch ja für unsere bewegung gerüstet sein dann habe ich hier noch zwei befehle die sich sehr ähnlich anhören nämlich die fan und holt während ich bei holt mich gar nicht bewegen darf denn ich soll ja die stellung halten darf ich mich bei defend allerdings um ein hex bewegen ich darf mich bei die fans sogar weiter bewegen wenn ich außerhalb von vier hex meines commanders bin ich muss meine bewegung dann aber innerhalb der vier hex des commanders beenden schießen darf ich sowieso wenn ich schießen kann mit seinem roten cube beispielsweise ich darf mich logischerweise verteidigen darum geht es ja auch bei defend bei holt ist es allerdings so ich darf mich zwar nicht bewegen ich bekomme aber ein strength point meiner ja meiner truppe wieder das heißt gebe ich diese truppe dem befehl holt und ich bin hier schon bei 1 bin schon super geschwächt darf ich mir dieses ding hier wieder auf 2 drehen ja und erhole mich ein bisschen apropos erholen wir haben hier noch die we group und das ist wirklich ein erholen denn bei der regroup order ist es so dass ich logischerweise nicht mich bewege sondern ich bleibe dort wo ich bin und bekomme auch hier wieder für die einheiten ein wieder zurück ein stärke punkt 1 strength point und außerdem bekomme ich noch ein fatigue wieder zurück hier kann ich mir einen erschöpften zustand also wieder ein bisschen verbessern dann haben wir noch einen weiteren befehl retire der retire ist so etwas wie eine geordneter rückzug und der kostet uns auf zwei initiative also wir haben zwei initiative weniger und auch eine erschöpfung dafür können wir uns aber von unseren gegner entfernen wir dürfen unseren zug auch nicht mehr an einem gegner beenden als wo wir ihn gestartet haben und bekommen dann auch wieder hier so einen punkt zurück es gibt also einige möglichkeiten um sich hier wieder zu regenerieren und unsere stärke der armee wieder ein bisschen aufzustocken nach einem anstrengenden gefecht so nachdem jetzt die grundsätzlichen befehle kennengelernt haben wollen wir schauen wie unsere cubes die wir haben vor allem die französischen ich packe sie hier mal raus hier diese blauen cubes in dem beutel reinwandern und wie viele überhaupt weil wir wollen ja möglichst oft dran sein wir würfeln ein d6 und da haben wir jetzt eine 1 gewürfelt nicht besonders vorteilhaft dann schauen wir auf die zweite zahl die abgebildet ist das ist hier eine 4r das heißt diese vier zählen wir auf diesen einen rauf das sind dann fünf und dann schauen wir uns das rating hier bei unserem napoleon beispielsweise an also bei dem armeeführer das ist auch eine 4 wir sind also insgesamt bei 9 cubes die hier in dem beutel reinwandern 3689 die kommen rein sollten wir in der runde die höchste anzahl an initiative hier ist die kleinen roten zahlen haben dann nehmen wir einen cube heraus bevor wir das ganze in den beutel tun denn wir sind zuerst dran und wir dürfen zuerst eine unserer befehle hier ausführen die anderen werden dann danach gezogen ja und dann ist es tatsächlich so immer wenn ein so ein cube gezogen wird dann legen wir ihn hier auf unser feld drauf wir können hier mit unser guard hier zum beispiel als einmal bewegen und ich hatte eben schon gesagt sollte dann ein weiterer cube gezogen werden und wir legen das sind noch mal rauf dann haben wir hier verschiedene mal idee in kraft treten wenn wir das hier noch ganz normal machen wir können aber natürlich auch hier auflegen und das coole dabei ist natürlich dass wir einen sehr guten überblick darüber haben was wir hier eigentlich schon gemacht haben und wo wir herkommen und wo wir vielleicht hingehen wollen das ist ein super reminder ganz tolles system finde ich und es sieht natürlich erst mal so aus als wenn das unübersichtlich ist was dort auf der map passiert weil da so viele counter rumliegen aber ich finde damit hat man das dann doch ganz schön im griff was hier eigentlich gerade passiert und passiert ist da gibt es jetzt natürlich viele dinge die ich erzählen könnte was die bewegungen angeht was die verschiedenen kleinigkeiten angeht wenn man sich bewegt dass es verschiedene armeetypen gibt die french guard handelt da vielleicht auch ein bisschen anders beispielsweise als irgendwelche reserveeinheiten das werde ich euch jetzt aber hier nicht im detail erklären es wird ja ein let's play geben und da werden wir alles mögliche einmal aktivieren und dann könnt ihr euch das mal in action ansehen wie das funktioniert das ist hier für dieses activation erst mal von mir alles ihr solltet erst mal einfach nur sehen worum geht es und wie funktioniert insgesamt das ganze spiel sind dann die cubes von allen parteien gezogen worden außer die letzten beiden zwei bleiben dort übrig dann wird halt geguckt wer hier retired hold und wie gut gemacht hat und diese stärken werden dann dazu gerechnet das hatte ich eben schon erzählt was diese ganzen einzelnen befehle bedeuten und dann wird die kavallerie wieder regeneriert bei der kavallerie ist es nämlich auch so dass sie hier nicht zu einer seite hat mit verschiedenen also etwa kolonne oder linie sondern sie hat hier zwei gleiche seiten aber sie ist entweder erschöpft oder nicht erschöpft das heißt sie wurde schon mal bewegt und sie wird dann halt wieder auf die unerschöpfte seite zurückgedreht dann wird der rundenmarker weiter gedreht und weiter geht die wilde fahrt das war es also das video mit der vorstellung zu eilau ich hoffe ihr habt jetzt ungefähr einen überblick darüber was euch erwartet wenn ihr das spiel auspackt wenn ihr das spiel spielen wollt und wenn euch das spiel natürlich auch kauft wie gesagt ein let's play wird kommen ich hoffe möglichst bald ich kann da leider nichts versprechen der termin kalender ist wie immer ziemlich voll und man muss sich natürlich auch wirklich den ganzen tag zeit nehmen ganz in ruhe das ganze auskosten zu können aber na gut die frage ist nicht ob sondern die frage ist wann und das ist ja auch schon mal was wert also bis dann euer thai style und 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 und